Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Und heute gehen wir wieder dem spannenden Thema im Hobby nach. Wir werden ordentlich füttern. Es wird also wieder einige Tierchen geben, die wir vielleicht auch sonst noch nicht so gesehen haben. Also die sich eher seltener zeigen. Und noch dazu werden diesmal Wanderheuschrecken verfüttert. Also setzt euch entspannt hin und genießt das Video. Und das Ganze nach dem Intro. Dann gucken wir doch mal, ob wir die Blondie glücklich machen können. Ja, können wir. Sie sitzt da vorne in der Ecke. Da hat sie ihren Flip. Ihre Wanderheuschrecke. Eine von vielen. Jetzt wo sie sich gehäutet hat und wieder draußen ist und fressen möchte. Dann werden wir da natürlich ein bisschen was reinstopfen. So eine einzelne Wanderheuschrecke wird ihr mit Sicherheit nicht reichen. Also da werden wir schon 3, 4 brauchen, wenn nicht sogar 5. Um sie wieder in Form zu bekommen. Können wir mal suchen, ob wir hier ein bisschen gucken können. Na ihr seht's. Der Popo muss wieder gefüllt werden. Braucht wieder einen dicken, runden Popo. Aber dadurch, dass die halt so frisch gehäutet ist, ist sie jetzt auch sehr, sehr dunkel, ne. Sehr massives Tier. Wundert euch nicht, es sind jetzt zwei Scheiben übereinander, weshalb sich das so blöd spiegelt gerade. Aber es ist ein massives Tier, ne. Schönes, großes, massives Tier. Die Terraphosa Blondie. So. Ja, die Grammustula Grossa kriegt auch Happa Happa. Ui. Das Happa Happa ist nur zu krass unterwegs. Tja, ist jetzt blöd. Ich weiß nicht, wo ich hier am besten gucke. Das Happa Happa muss sich natürlich auch bewegen. Und wenn ich hier viel rumfingere, dann findet die Große das natürlich auch nicht schön. Hm. Und nach wie vor immer noch ihr schönes Kleid, ne. Kann man ja nicht sagen. Immer noch ein schönes Tier. Ich besorge hier einfach jetzt noch einen zweiten Flip. Und da kommt Flip Nummer zwei. Der natürlich auch jetzt hier vorne steht. Hopp. So, hat sie jetzt auch ihren Flip. Und noch einen zweiten. Sobald sie Bock hat. Oder der Flip sich bewegt. Aber jetzt hat sie erstmal was zu fressen. Guten Hunger, meine Kleine. Was ein schönes Zollchen. Kannst du ja sagen, was du willst. Vielleicht möchte gerne die Rosea einen Flip. Jo, die Rosea nimmt einen Flip. Sie möchte den Flip. Ist mir schwer zu sehen, aber sie nimmt ihn. Ich komme nicht weiter rum, es tut mir leid. Mehr ist nicht drin. Aber die Rosea frisst. Na, also man sieht die Fänge schon. Madame Rosea hatte ein kleines Hüngerchen. Sehr schön, sehr schön. Guten Hunger, meine Kleine. Ja, bei der Avicularia war ein bisschen schwierig. Die hängen hier oben dran. Ist immer ein bisschen schwieriger, die zu füttern. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich sie nochmal zeigen kann, ne. Wie sie frisst. Und sie hier Hapa Hapa reinziehen kann. Finde ich sehr, sehr gut. So soll es sein. Na. Guckt euch diese wunderschönen Füßchen an. Die freut sich halt jetzt auch, dass sie ein gutes Fresserchen hat. Tolles Tier. Avicularia Metallica. Da haben wir sie, ne. Schönes Tier. Weil geht's. Hier haben wir Glück. Hier kommt gerade die Olivarche raus. Ja, ja, ja. Wir haben Glück. Die Dame kommt raus. Tja, obwohl du so dick bist, kommst du raus. Die hat nämlich schon klammheimlich sich das Männchen schmecken lassen. Leider Gottes. Aber. So ist das leider. Die war gnadenlos mit dem guten Herrn. Hat sich den direkt einverleibt. Tja, wenn der, wenn das Hüpferchen, alter, die hat hier vorne. Es ist der Wahnsinn. Du kannst es sauber machen am nächsten Tag wieder komplett zu, ne. Hier vorne, den dicken Klecks. Mann, ey. Mann, ey. Aber na ja. Dafür können wir sie jetzt ein bisschen sehen. Aber das Futter wird sie sich nicht schnappen können. Das Futter ist hier vorne. Und wenn ich das Futter jagen würde, also hier rangehen würde, um das Futter in Bewegung zu bringen. Keine Chance. Dann rennt die weg. Können wir mal gucken. Ich versuch's jetzt einfach. Die Scheibe ist halt unheimlich fest. Das ist halt wirklich so eine richtig feste Scheibe, die ich wieder nicht mit einer Hand aufkriege. Ne. Keine Chance. Das ist so fest. Ich will jetzt auch nichts kaputt brechen. Ja. Und solange das Futter sich hier vorne aufhält, werden wir nichts zu Gesicht bekommen. Aber wir sehen sie, ne. Ich meine, wann haben wir die das letzte Mal gesehen? Die Enziokratella Olivatscher Dame. Also freuen wir uns, dass wir sie nochmal sehen konnten. Auch wenn wir sie jetzt nicht fressen sehen. Aber dafür sehen wir sie. Das ist schon mal viel, viel wert. Finde ich. Dann gucken wir mal, was die Kilobrasen-Nathanie Charum sagt. So futtertechnisch. Die gute Frau. Ja, ja. Die ist hungrig, ne. Die würde was haben. Tja, wir brauchen leider noch das Männchen, ne. Meine Kleine. Wir brauchen leider noch das Männchen. Guckt euch dieses wundervolle Leuchten an, ne. So ein schönes Leuchten. Kriegt man selten so schön zu Gesicht, ehrlich gesagt, ne. Ich freue mich gerade selber. Ich würde das schön leuchten. So. Aber wir haben sie gefüttert, weiter geht's. Und als nächstes kommt die Ephibopus Morinos. Na, solange der Hoppa nicht springt, haben wir gute Chancen. Also sie sitzt auf jeden Fall da im Löchlein und guckt uns an. Und wenn er hier jetzt nicht gleich einen Sprung hinlegt und da drin bleibt und ein bisschen rumläuft, müssen wir uns keine Sorgen machen. Dann kriegen wir vielleicht noch was zu Gesicht. Hm. Wenn, wenn er sich bewegt, wenn ich ihn antippe, dann flippt er los, dann kann ich ihn wieder einfangen. Das bringt auch nichts. Ja, ist vielleicht jetzt nicht so zwingend, dass perfekte Futter, Tier, so für Kamera und so weiter. Ne, bin ich ganz ehrlich. Da gibt es deutlich bessere, ne. Aber Abwechslung muss sein, ne. Es muss auch mal ein bisschen Abwechslung gefüttert werden. Nicht immer das gleiche. Wenn ich die Chance habe und sowieso gerade was bestelle, dann hole ich halt immer nochmal einen Schwung von irgendwas anderem mit, was dann halt auch verfüttert wird. Aber wie ihr seht, das ist halt, das hat halt nicht so dieses Video-Potenzial, ne. Weil wenn die sich nicht bewegen, bringt es nichts. Und wenn die viel rumspringen, bringt es noch weniger. Aber hier vorne geht es ab. Die gute Olivatscha hat es wohl gerafft. Das hat Futter vorne wart. Ich muss ein bisschen an ihrem Kötteln vorbei. Ey, ist gerade so schwer. Ich muss mich hier so halbwegs rüberhängen. Mich wundert es nur, dass sie noch gar nicht zugeschlagen hat. Weil das ist nicht weit entfernt davon. Alter, Falter ist das ein Brecher, ne. Ganz schön dickes Tierchen. Tja, worauf wartet sie, ne? Dass das Futter wieder abhaut. Fragen über Fragen. Ich hätte gedacht, ich schläge es jetzt zu. Jetzt haut das Futter ab. Und sie lässt es zu. Na gut. Ich gebe es auf. Aber ich kann mich auch nicht weiter halten. Die Dame will nicht. Und dann will sie nicht. Dann friss halt, ohne dass wir zugucken. Tja, leider nicht zu sehen. Heterometrus, die Lenus. Hockt da unten unter. Ich hau das Futter einfach mal rein. Ich denke halt nicht, dass er rauskommt. Dass sie rauskommt. Zumindest nicht, wenn die Kamera da ist, wenn das Licht draufknallt, ne. Aber das Futter wird sie sich holen. Da bin ich mir ziemlich sicher, ne. Also Futter ist drin. Wäre natürlich cool gewesen, wenn die da jetzt rausgeschossen kommt. Aber ja, mein Gott. Wunschdenken, ne. Ein paar Träumchen und so. Ihr wisst, wie es ist. So schnell konnte ich die Kamera gar nicht anmachen. Hapaktira. Pultriebes. Ich komme halt nicht ran. Die hat da alles so schön zugesponnen. Also der ganze Vorderbereich ist komplett zu. Ich komme da ganz, ganz schwer noch ran. Aber hier haben wir ein bisschen was. Ich muss das jetzt irgendwie rumdeichseln, das Futter. Und die da hinwerfen. Ich hätte nicht gedacht, dass die gleich so drauf geht auf das Futter. Ja, aber mein Gott. Besser ging es leider nicht. Es tut mir leid. Aber ich will auch ihr zu Hause nicht kaputt machen. Ich könnte natürlich die Scheibe aufziehen. Dann wäre das alles kaputt. Mag ich halt nicht. Möchte ich halt nicht. Deswegen verzeiht dem Spindchen und mir, dass wir das jetzt nur so machen können. Vielleicht zeigt sie sich irgendwann mal wieder ein bisschen auf einer, naja, helleren Seite, wo man sie sehen kann. Wo man auch ran kommt mit der Kamera. Anders als das hier ist gerade nicht drin. Aber ist trotzdem schönes Tier. Wenn man es denn mal zu Gesicht bekommt, weil der Fokus keinen Bock hat. So. Weiter geht's. Hier haben wir die andere kleine Raupe Nimmersatt. Brachypelma auratum. Mit Futter vor der Nase. Aber solange das Futter sich nicht bewegt, schlägt sie natürlich nicht zu. Es ist die Frage, ob das Futter es schafft, Sprung zu machen, bevor sie rafft, dass Futter vor ihrer Nase steht. Oder ob das Futter reaktionsmäßig jetzt nicht so schnell ist. Weil dann würde sie zuschlagen. Aber höchstwahrscheinlich. ich wollte sagen ist wahrscheinlich nicht wie die kamera drauf hält aber da ist sie da hat sie zugeschlagen guten hunger meine kleine was ein schönes tier oder was ein schönes tier mit essen schön dass du doch noch performt hast ich hab mich auf dich verlasen meine kleine gott sei dank hat es geklappt ja die gute dame was glaube ich ne gute dame haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen die vietnamsilver die muss sich halt oder ja ist halt eine von denen wo ich halt einfach das futter rein mache weil die wird nicht einfach so rauskommen ist das futter scheinbar irgendwie über das loch gelaufen dann hat sie mitgekriegt und hat sich das futter geholt und so funktioniert das bei ihr die vietnamsilver ist noch da jetzt gut und so soll es auch sein und auch bleiben und deswegen ein schönes happer happerchen natürlich schade dass sie nicht komplett zu sehen ist aber ja mein gott kommt schon noch und das war für heute die fütterung ich werde mich jetzt bereit machen für den oktober ich habe so das gefühl dass da jetzt einiges an projekten starten wird also seid gespannt drauf ich bin auf jeden fall extrem schon aufgeregt aber nun hoffe ich dir hat das video gefallen wenn ja lass mir doch ein like da ein kommentar wäre auch ganz nett und wenn du ganz neu hier bist lass gerne ein abo da würde im extrem weiterhelfen und du gibst nichts mehr zu sagen als ich wünsche dir noch einen wunderschönen tag bis zum nächsten mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020